moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ja, wir müssen den ganzen Stuff hier und den ganzen Stuff noch eben schnell verkaufen. Unser 14.000 Gold müssen wir auch noch eben einsammeln, also auf eine Bank legen. Und danach wollten wir einmal ganz kurz noch mal hier in den Palast rein. Ich frage mich, warum ist der Palast nicht gekennzeichnet, gerade in der Map. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? 7.18 Uhr. Okay, die meisten Läden sind noch zu geschlossen. Und ich habe mich seit der gestrigen Aufnahme nochmal versucht, ein bisschen schlau zu machen bezüglich der Hauptquest. Und es fehlt mir irgendwie eine Quest, um weiterzukommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt nicht mal, ob ich das richtig verstanden habe. Aber um weiterzukommen, fehlt mir eine Quest, die mit den Nekromanten zu tun hat. So, hier müssen wir eben kurz warten. So, sagen wir drei Stunden warten. Und wir haben es aktuell mit den Nekromanten verkackt. Das heißt, wir kommen erstmal ein Weilchen nicht weiter, bis wir das Problem mit den Nekromanten hier gelöst haben. So, 5.000 kriegen wir. Das geht in Ordnung. Die Datt kann auch noch verkaufen. Der gibt 1.000? Okay. Ah, warte. Wir wollten ja hier noch gucken. Wer hat sonst nichts. Okay. Und da hinten haben wir noch ein paar Läden. Ja, wie machen wir das dann jetzt mit den Nekromanten? Ist die Frage, dass wir da wieder besser aufgestellt sind. Denn momentan mögen die uns nicht. Und das müssen wir wieder hinkriegen. Der hat bisher noch nichts. Wenn ich das überhaupt auch alles richtig verstanden habe. Denn wir müssten eigentlich hier aus der Hauptstadt Daggerfall selber, wenn ich das richtig gelesen habe, ich versuche mal diesmal mich wirklich daran zu erinnern, dass ich beim Hochladen den Link zu der Seite hochlade, also in die Beschreibung packe. Kann sein, dass ich das wieder vergesse, weil ich gut darin bin, Sachen zu vergessen. Und da könnte ich aber auch ein bisschen Hilfe von euch mal gebrauchen, die hier vielleicht diese Let's Play-Reihe auch verfolgen und so. Wo ich hier jetzt wirklich Mist gebaut habe. So, Klamotten brauchen wir nicht verkaufen. Hier haben wir nochmal Rüstung. So, wir haben einen Bug, da brauchen wir nicht. Ja, okay. Ich hätte schon gerne jetzt langsam irgendwas ein bisschen mehr in Richtung Ebony und so weiter. Oder besser. Abgesehen von dem Schild haben wir ja eigentlich alles ganz gut hier. Und vielleicht kann das auch sein, dass es daran liegen könnte, dass es jetzt aber eine Theorie, eine Spekulation von meiner Seite, hat weder Hand noch Fuß, aber es ist nur Spekulation, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass wir ein Werwolf sind. Dass wir nicht vorankommen. Aber ich habe da keine Ahnung, gar keinen Plan, wie weit das der Wahrheit entspricht. Was ich jetzt hier gesagt habe mit dem Werwolf. So, hier habe ich sonst nichts. Ich glaube, es ist nur noch das Geld, was ich auf Tasche habe. Was hier so viel wiegt. Und wir haben da hinten im Osten auch noch ein paar Läden. Da und da. So wie hier. Da wollen wir auch noch mal hin. So. Müsste. Ne, ich bin noch nicht da. Oder wir müssten Brissiena, oder wie die heißt, da auch noch mal wieder finden. Vielleicht mal mit der Quatsch. Könnte auch sein. Nur die Frage ist, wo war die noch mal. So, hier haben wir nichts. Was wir brauchen können. Dann gehen wir noch einmal in den Spapier. Okay, den guten Star. Ah, da manchen War X. Ich finde irgendwie vom Farbton her, da manchen irgendwie am besten, weil es noch richtig schwarz ist. Ach, den kann ich ja nichts verkaufen. Ich habe ja nichts mehr. Oder haben wir noch was? Ja, nur noch diese Tränke, die wir eigentlich im Grunde auch nicht brauchen. Und halt das Geld. So, dann noch da hinten. Die paar Läden, die klappern wir noch eben schnell ab. Dann seht ihr die schon. So, und da ist der General Store. Da gehen wir noch rein, eben. In der Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwas ist, was wir nehmen können. So, und dann halt noch diesen Gang entlang. Dann gehen wir gleich noch einmal in den Palast. Das heißt, gucken, ob wir da vielleicht doch nochmal eine Quest kriegen für die Königsfamilie. Orkisch Saber. Aber den brauchen wir nicht. Wir brauchen schon eher die anderen Sachen. In dieser Richtung. So, achso. Das war nur der Laden. Der hier fehlt noch. Ah, hier. Rüstung. Der hat auch noch nichts Gutes. Nope. Die Läden lohnen sich wirklich aktuell eher noch wenig, noch semi. So, wir müssen ja hier vielleicht Level 11 machen. Wir sind bei 46% für Level 11. So, Norden Star. Dann gehen wir jetzt noch einmal in den Palast rein. Vielleicht kriegen wir da ja noch eine Quest. Und sonst würde ich jetzt noch einmal nach Dagger vollgehen. Und da nochmal Brissiena suchen. Beziehungsweise zuerst dort ins Königshaus, in den Palast. Und nochmal schauen, ob wir mit hier, wie hieß die nochmal? So, äh, mit Mini-Sera oder so ähnlich hieß die hier. Hat schon können. Hat er wieder eine Quest? Nein. Ja, und das kennen wir. Ich finde das hier aber trotzdem cool mit dem eigenen Garten mitten im Hof. Also mitten im Palast selber. Das ist cool. So, dann jetzt noch einmal schnell. Quatschen wir noch einmal mit der. Ah. You may be aware that I am forming an Alliance with Shir-E. To cement our friendship, I have agreed to arrange the death of Consistent Freed to her. Some sort of monster. This full parasite lives in a decrepit old place called the Hold of Dektor. She has agreed to pay the creature's assassin 855 gold in return. Not too bad. I'm sure you'll agree. So, does this sound like your sort of an adventure Max deals a second? Ja, okay, come. Recognize a good deal when you hear it, eh? I told Shir-E that the monster would be dead in 26 days. Or she could go out and hire someone else. So, kill the creature and get over the Jalonia and find her before the time runs out. Oh, I almost forget, I don't know what kind of monster haunts the Hold of Dektor. But the name Demartans has been rumored to be the source of the terror. Also, I'm going to think of it, that it's again a Lich. Like in the last episode. Okay, so, okay. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Erledigen einmal diesen Lich. Aber mal schauen. Vielleicht kriegen wir auf anderweitig noch irgendwie gute Quests. So. Oder vielleicht bringt uns das auch noch irgendwie weiter. Vielleicht kommen wir so an den besseren Ruf bei den Nekromanten wieder. So, wie hieß das Ort? The Hold of Dektor. Warte mal, die konnten ja so. Ja. Da hinten am Arsch der Welt. Ernsthaft? Alter. Okay, dann gehen wir mal rein. Aber es ist echt schon eine krass große Wüste hier, muss man sagen. Ich glaube, wenn man hier in der Wüste unterwegs ist, kann man schon Städte von Weitem aussehen. Oh. Okay, hier Savegame auf die 2. Das Dungeon kennen wir ja schon, ist uns bekannt. Der Aufbau dieser Dungeons. Die sind ja alle relativ gleich. Oh, geil. Nymphen sind wieder da. Alter. So. Drecksatronach. Ja, wo sind die Nymphen? Ist der da? Und der drauf. Okay, war nur ein Der drauf. So, haben wir irgendwas abgekommen? No, gerade noch nicht. War hier irgendwo eine geheime Tür. Nope. Machen wir mal so. Die 2 Stunden. So, suchen wir mal die Nymphen. So, komm. Die Nymphen müssten dann wahrscheinlich da sein. Und zwar den guten Loot haben die nicht, aber... Aber wenigstens sind die schön anzusehen, sage ich jetzt mal. Die Nymphen. Okay, hier geht es nicht weiter. Wo ist die Tür da? Okay, hier geht es nicht weiter. Wo ist die Tür da? Oh, das haben wir hier. Die sind auch schon gleich wieder voll. Yo. Alter, was? Alter, ne, 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 ne. Einmal ganz kurz zurück. Einmal ganz kurz hier. Einmal den hier machen. So, nochmal ein Save-Game. Auch die 2. Dann hier, äh... Einmal alles rein. Wird wir haben. Was wiegt denn so viel hier? Das Gold? Yo. Wir haben wieder so viel. 14, 3, 5, 2. Alter. Das Gold wiegt so viel, was wir auf Tasche haben. Der Dertrauf müsste von hier irgendwo gewesen sein. Wahrscheinlich. Yo. Und da war noch eine Tür. Okay. Dann... Geht es halt weiter. Runter. Ne, hier. Die Tür haben wir vergessen. Wo auch nichts gibt es. Okay, dann noch diesen Weg. Hier war jetzt auch keine Geheimtür, oder? Nope. Dann sind die Nymphen wahrscheinlich eher unten. Da ist sie ja. Und da ist die Nächste. Und hier sind noch mehr. Hör ich schon. So. Jo, den machen wir platt. Hier war sonst nix. So, alles mitnehmen. Oh. Das kennen wir noch gar nicht hier. So, what in the art? Da hinten müssen wir sogar schwimmen. Siegen, wir tauchen. Ist das ein Zuckubi, das wir hier hören? Ich weiß jetzt nicht, wie tief das hier ist. Und ob es hier auch irgendwie die Möglichkeit gibt, da rüber zu springen. Okay. Hat noch irgendwie geklappt. So. Ach so. Da haben wir den Schlachterfisch. Wie hießen die noch mal hier? Die Treue. Und ein Eisenhardtronat. Die aber wiederum nix haben. Den komme ich jetzt nicht einfach so ran. So. Die haben wir auch. Es sind auch immer nur so kleine Änderungen hier dran. In den ganzen Gebieten. Ah, okay. Hier wäre tief tauchen und da hinten. Beziehungsweise hier könnte man irgendwie wieder hoch. Aber das lassen wir dann mal. Hier ist ja noch irgendwo eine. Hier vielleicht. So. Ich trage wieder zu viel. Natürlich. Okay. Das hat geklappt. Mit dem Sprung. Da unten brauchen wir auch nix mehr machen. Dann gehen wir jetzt mal hier entlang. Weil hier höre ich auch nur Nymphen. Okay. Jetzt gerade nicht. Aber hier müssten wir... Nein. Hier müssten keine Nymphen sein. Wo habe ich jetzt die Nymphen gehört. War da doch noch irgendwo was? Ein geheimer Weg. Den ich nicht entdeckt haben. Den ich nicht entdeckt haben. Nee. Das sind nur zwei Kelleingänge. Aber... Das war's. Gut. Dann gehen wir einmal unsere Taschen leeren. So. Alles einmal remogen. Hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. Hier haben wir ein bisschen was. Ja. So. Genau. Ach ne. Das ist die falsche Tür. Hier wollen wir hin. So, dann ist es halt nur noch das hier. Achso, und Zuckubi war das. Nein, das ist ein Dursa. Und Zuckubi. War also keine Nymphen. Aber es gehören trotzdem zu meinen Lieblingsgegnern. Gegnertypen. So, was haben wir hier? Sonst gibt es hier gar nichts. Das sage ich wieder zurück. Und dann hier entlang. Natürlich hat er auch nichts. Und hier liegt auch sonst nichts. Das sage ich jetzt. Jo. Der schon. Alter. Halbes Leben von wieder weg. Hier geht es jetzt hoch. Natürlich. Und wir sind oben. Ja, die Nymphen. Die Nymphen. Es gibt krass viele Nymphen, muss ich ehrlich sagen. Und noch ein Deadrocks. Und noch ein Deadrocks. Deadrocks haben aber echt viel Geld dabei. Die Nymphen müssen jetzt über mir sein. Ich würde aber sagen, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game. So. Ja, das auch noch. Hier müsste es sein. Hier müsste es sein. Oh, die Kloppen sich da brennen schon. Nein, nicht meine Nymphen. Ich habe jetzt gedacht. Oder ein Werbeer. Ach so. Ach so. Ach so. Die haben meine Nymphen hier einfach umgebracht. Alter, nein. Okay. Aber es war dann doch ein Werbeer. Ich hatte jetzt gedacht. Oder ein Werbeer. Wenigstens haben wir hier noch eine. Hallo. Na du. Ach so. Jetzt greift die jetzt an. Konnten wir jetzt lange genug beobachten. Und hier ist noch eine. Hallo. So. Okay, dann dürfte jetzt hier eigentlich alles fertig sein. Außer diese eine Kreatur da unten im Wasser im Keller. Aber da wollte ich jetzt auch nicht runterspringen, weil wir wahrscheinlich auch nicht mehr aus dem Wasser kommen würden. Obwohl, wir können es einmal ausprobieren, einmal riskieren. Was habe ich da gehört? Ach so, da sind allgemeine Soundkulissen. Wo war der Kellerengang? Der war da hinten. Hier geht es in den Keller. Nicht ins Wasser. So, wo? Wo ist denn das Fisch hin? Da. So, den neu haben wir. Gut, dann haben wir jetzt alle Gegner hier erledigt. Zumindest alle auffindbaren. Alle bekannten. Äh, so. Ich finde es schade, dass hier aber die Nymphen so Feinde sind. Ich mag die Nymphen. So, wo müssen wir jetzt hin? Was hat sie gesagt? Äh, 4i auf Jalonia. Okay. Jalonia. Jalonia. Ja. Suchen wir mal. Aha. Wieder ein ganz schön weiter Weg. Okay, es regnet in der Wüste. So, dann fragen wir mal. Die gute Dame hier. Inblunt. How can I help you? Ja, ich würde gerne wissen, wo der Green... Why the hell would I want to give you directions? Okay, dann nicht. Ich will nur Schiri. Hier, äh... Dingens. Ich will es abgeben. So, that way. Just keep going south east. South east. Also da hinten irgendwo. Also, eines von den ganzen Häusern. So, so. It's my pleasure, Sir Max. It's awful close by. I'd wish the... Ja, nice. Das hier ist es sogar schon. Wo ist denn der Eingang? Hier. Hier geht's rein. Hier auf jeden Fall nicht. Hier oben wahrscheinlich ist auch niemand da. Nope. Da definitiv nicht. So, dann gucken wir mal hier. Hier ist auch niemand. Was sind die denn alle? Okay, hier können vier Personen pennen. Beziehungsweise können nicht nur. Wahrscheinlich 100 auch. Da ist sie ja. Yes, I've already heard, Ward, that our giant pestilence is at an end. I don't know where Queen Akurichi found you, but I'm glad she did. Here's your 855 gold piece reward. Thank you for your service, Max. Nice. I don't have time for your type. Okay, dann nicht. Okay, dann nicht. 5 Personen pennen. Okay. Und einen Laden gibt's noch in dieser Richtung. So, da der General Store. Ich hoffe, der hat was. Und wir wollten nochmal gucken, wie weit noch. 59 Prozent. Okay, nice. So, den können wir noch ein bisschen was verkaufen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ja, wir reisen jetzt lieber nach Degger voll. Ist ja eh unsere Provinz, unsere Heimat hier. Oh. Nee, dann machen wir einmal, wo haben wir Spellbook? Hier. So. Da haben wir ein paar Opfer. Und hier. So. Und wieder zurück. Ja, okay. Wir sind aus der Seite reingekommen. Und wir können eben kurz schnell schauen, was es hier im Magen gibt. Ja, das brauchen wir ja nicht. Das orkische Zeug. Also als Waffe zumindest. Dem können wir eh nichts verkaufen. Weil die schon alles verkauft hatten bei dem anderen den Restore. Und dann müsste es da hinten weitergehen. Ach nee, im Norden. Da war der Marktbestand. Ja, der Jubilier, der wird auch nicht gebraucht. Wir fangen hier an, mit dem Laden. So, was hat er so ein Angebot? Noch nichts. Sonst hier auch noch nichts. Okay, schade. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Aber wenigstens hier dann die Ingredients. Also hier war das. Total vergessen. So, wo die Gewürze da? Alter, wie viel. Nee, das war jetzt echt viel. Und hier auch nochmal. Was soll ich mit so viel? Alter, dass das alles... So viel verkaufen war gerade an Gewürze. 7000 ist das wert. Und wieder kriegen wir zweieinhalb. Ja, okay. So, Annette, wir können ja dem nichts mehr verkaufen. Nee. Warum haben die jetzt nichts aus... Äh... Hier, Ebenerz oder Daedrisch oder Orkisch oder so. Warte in der Richtung. Momentan. Haben wir noch irgendwas im Inventar? Nee, nur noch das Geld. Okay, dann ab in die Bank. Müssen wir eben ein bisschen Geld einzahlen halt. So, nochmal schauen. Im Wagen haben wir... 9, 8, 8, 4 machen wir so. 9, 8, 8, 4. Also, 38, 7, 3, 7. So, 3, 8, 7, 3, 7. So, dann haben wir wieder hier fast 400.000. Könnten wir uns von einem Haus leisten? We're the owner house. You must sell it before we can sell you another. Dafür würden wir nochmal 461.000 Gold bekommen. All items written in the house became property of the bank. You are prepared to sign over the house. Ja, komm. Älter, so viel haben wir jetzt. Was können wir uns dafür leisten? Größeres will ich auf jeden Fall. Oder sowas. Mit einem eigenen Garten. Wäre auch nicht schlecht. Ja. Den können wir uns noch nicht leisten. Ich glaube, das beste wäre tatsächlich aktuell der hier. Ne, wo waren das? Ich muss jetzt nochmal durchsuchen. Wo waren das jetzt? Wir hatten hier doch gerade noch ein richtig schönes, gutes Haus. Der hier wäre eigentlich auch am besten da. Oder warte, wir können uns den hier leisten. Wir haben hier auch nochmal ein bisschen was. Wir haben hier in Daggerfall uns das tollste Haus jetzt gegönnt. Und das sehen wir uns mal an. So. Da unten ist es irgendwo. Ich glaube, das ist das hier, oder? Wie ist es das? Das ist es. Hier wohnen wir jetzt. Hier schmeißen wir Partys und so weiter. Das ist wahrscheinlich unser Zimmer. Hier kann ich Klamotten, Ausrüstung und so weiter reinpacken. Aber ich dachte mir, ich gönne uns mal hier, das ist unsere Küche. Hier haben wir einen Wandschrank. Und hier haben wir einen eigenen Dachboden. Ich finde es aber schade, dass ich jetzt die Hütte nicht selber dekorieren kann. Oder zumindest habe ich keinen Plan, wie ich es dekorieren kann. Hier ist wahrscheinlich dann, kann man Schuhe und so weiter ablegen. Die Stiefel. Kann man hier in Socken rumlaufen, obwohl damals gab es noch keine Socken. Das ist dann mein Schlafzimmer. Kann ich hier pennen? Nö. Also könnte ich schon, wenn ich auf Erdbrücke resten, aber... Ja. Das ist unser bescheidenes Heim. Achso, das ist nur so eine kleine Reflexion. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge suchen wir Mini-Zera. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und... Ciao! Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020